Bevor Frau Kühn-Mengel spricht, bringt dann auch etwas Musikalisches, was die Situation in der Gegenwart. In der Stadt, in der ich lebe, lebt ein Mann, der war in der Klasse, und der erzählte von seinem Leben auf der geschlossenen Station. Unsere Trachen, hier und später, auf der geschlossenen Station. Und wir reden zwischen Fixierung und Britten auf der geschlossenen Station. Wir leben auf der geschlossenen Station, geschlossenen Station, geschlossenen Station. Wir leben auf der geschlossenen Station, geschlossenen Station, geschlossenen Station. Und all unsere Freunde werden eingeliefert in die geschlossene Station. Und wir treffen uns im Aufenthaltsraum und die Stimmen beginnen zu singen. Wir leben auf der geschlossenen Station, geschlossenen Station, geschlossenen Station. Wir leben auf der geschlossenen Station, geschlossenen Station. Und wir leben ein einfaches Leben mit Frühstück und vollem Kinschon. Im blauen Himmel, von dem die Medikamenten kam es gerade dazu. Wir wollen lieber eine Sotteria-Station. Sotteria-Station, Sotteria-Station. Wir wollen lieber eine Sotteria-Station. Sotteria-Station. Sotteria-Station.